Dr. Silke Konrad übernimmt von der Notaufnahme einen Patienten mit einer Kopfverletzung. Dieser erweist sich als besonders eigensinnig und unbelehrbar. Ach, da kommt er ja schon. Hallo. Was, du gehst du nicht gleich zum Training? Ich geh zum Training. Nee, ich geh zum Training. Ich geh zum Training. Ich geh zum Training gehen. Du weißt mal, was ich hier bin. Hallo. Schönen guten Tag. Nehmen Sie mit, dass wir hier sind? So, bitte schön. Sie gehören zu ihm, oder? Ja, ich. So, mein Name ist Konrad. Ich bin heute dienstammende Ärztin. Sagen Sie mir Ihren Namen. Verraten Sie mir den. John. John. Gut. Und Nachname ist? Nee. So, ich glaube, wir unterhalten uns jetzt erstmal. Bringt den erstmal in den Nachhinein. Wir bringen meine Behandlungsnormen. Wir gehen jetzt einmal in den Nachhinein. Wir haben heute einen Patienten aus der Notfallambulanz aufgenommen. Einen Herrn Wenzel, einen Boxer, der halt mit einem schlecht versorgten Cut in Notfallambulanz gekommen ist. Aufgrund der Tatsache, dass sich erste Entzündungszeichen fanden, haben wir uns entschieden, ihn stationär zur weiteren Behandlung und antibiotischen Abdeckung aufzunehmen. Und was geht's denn jetzt hier überhaupt? Alles gut. Nee, alles gut. Warum sind Sie jetzt so aufgeregt? Komm, Sie mal hier rüber. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für den Spökes jetzt hier. So. Setzen Sie sich mal ein bisschen hoch. Jetzt sind wir hier. Ein bisschen weiter zu mir. Alles gut. Ich kann mich nicht bewegen. Ja? Okay. Legen Sie sich mal hin, oder? Ja. Doch, einmal hinlegen. Es geht ja im Prinzip im Moment um Ihren Kopf. Na, erzählen Sie jetzt mal ganz kurz, was jetzt passiert ist. Alles ist gut. Ich weiß gar nicht, was der ganze Aufstand hier soll. Lehen Sie sich jetzt überhaupt hin. Einmal annehmen. Ganz gut. Holen Sie mal tief Luft und entspannen Sie. Jetzt erzählen Sie erst mal ganz kurz uns hier, was ist jetzt hier oben passiert an Ihrem Kopf? Was war das? Das ist beim Training passiert. Beim Training. Okay. Wie lange ist das her? Zwei Tage. Zwei Tage. So, und dann? Das ist alles gut. Das ist versorgt. Das ist versorgt. Das sehen Sie doch. Das ist versorgt. Ja, es ist erst. Es hat ein Kumpel gemacht, der hat eine erste Hilfe kurz mal gemacht. Das ist wunderbar versorgt. Ja, wir sehen was. Also, ich habe auch schon die Laborwette, ne? Das ist ja unten. Ich weiß, dass Sie ganz gut liegen bleiben. Das ist ja jetzt auch für Sie und Ihre Gesundheit. Und, äh, so. Nicht erschrecken. Jetzt sind Sie aber zu uns gekommen wegen dieser Runde. Und ging es ihm schon schlecht in letzter Zeit? Genau, es geht ihm schon länger schlecht, genau. Und er ist heute, er hat Kopfschmerzen, ihm ist übel. Wenn ihm geht es gut. Und er ist eben auch zu Hause ungeklärt. Sie haben das CT auch schon gemacht, ne? 39. Sie waren auch schon im CT, ne? Aufgrund der Box-Tätigkeit wurde schon in der Notfallambulanz ein CT durchgeführt. Gott sei Dank war in dem CT ein Normalbefund sichtbar und keine weiteren Schäden. Ich habe einen enorm wichtigen Kampf. Und ich muss bitte jetzt wieder gehen. In zwei Tagen. Ja, das ist schlecht. Ich muss zum Wiegen. Okay. Ich muss zum Wiegen und ich muss wieder zum Training. Bitte. Also. Ich höre jetzt mal ganz kurz erst mal auf. Sie sind ja ziemlich tachykat, ne? Also der Puls rast ja schon, ne? Sie haben Fieber. Gefällt mir nicht so. Können Sie sich mal aufsetzen, bitte? Mal aufsetzen. Kommt mal nach vorne. Mal aufsetzen. Wie lange ist der schon so schlapp? Ja, das ist schon länger so, weil der trinkt ja auch nichts mehr. Und das ist... Aber heute muss er nicht. Ich habe doch gesagt, ich muss abnehmen. Ich muss meine Gewichtsklasse. Ich habe dir das alles erklärt. Und ich kann den Kampf nicht machen, wenn ich nicht noch was abnehme. Wichtig war für uns, dass wir erfahren haben, dass der Herr Wenzel sich in den letzten Tagen wohl martialischen Methoden unterzogen hat, um sein Gewicht zu reduzieren. Da er für den Kampf ein spezielles Kampfgewicht braucht, hat wohl stark schwitzende Methoden angewendet. Er hat nichts mehr getrunken. Das ist natürlich sehr gefährlich, denn ein Flüssigkeitsverlust führt zur Dehydrierung. Und das heißt, dass das Kreislaufsystem wirklich zusammenbrechen kann. Ich habe schon ordentlich abgenommen. Ich muss aber noch mehr runter. Der trainiert in Thermowäsche. Ich muss noch mehr runter. Und schlägt in mehreren Schlafsäcken und er trinkt nichts mehr. Er geht in die Sauna und will um allenfalls einfach nur schwitzeln. Was ich hier im Moment sehe, ist hier, also das ist hier massiv entzündet, hier diese Wunde. Die können wir jetzt, müssen wir antibiotisch im Prinzip auch versorgen. Wir haben gesehen, dass Sie auf jeden Fall erhöhte Entzündungsparameter haben, dass wir Ihnen jetzt Antibiotika IV geben. Das heißt, dass Sie auch erst mal bei uns bleiben, ein, zwei Tage, dass wir das erst mal wieder in den Griff kriegen. Ihr Körper reagiert im Moment auf die Infektion. Und mit dem Kampf ist das im Moment, glaube ich, nicht so wichtig. Über den Zukunft, da legst du mir jetzt erstmal einen Ringer an. Du hast den zweiten, weil guck mal hier, du hast hier richtig stehende Hautfalten. Melli, sag den Leuten bitte, ich muss zu dem Kampf. Ich muss bitte wirklich, Sie müssen zu dem Kampf. Sie hören jetzt mal zu. Hallo. Sie müssen nicht zu dem Kampf lassen. Herr Pflänze. Also ich muss den Kampf machen. Das ist alles. Das ist das Einzige im Leben, was ich gut kann. Ja, aber das schaffen Sie ja nicht. Ich habe 50 Bewerbungen geschrieben, alle für die Tonne. Okay. Der Kampf, Boxen, ich kann kämpfen. Ich verstehe das. Und wenn ich den Kampf gewinne, dann rück ich ganz weit nach vorne. Ja, okay, das verstehe ich alles, ne? Aber im Moment macht Ihr Körper das gar nicht mit. Und Sie wollen doch wohl nicht riskieren, dass Sie bei Ihrem Kampf da noch einfach umkippen und vielleicht dann auch tot sind, oder? Wir sind davon ausgegangen, dass der hochentzündete Cut hier mit einer beginnenden Sepsis einhergehen sollte. Es war so, dass der Patient unter starken Allgemeinbeschwerden litt, wie Schweißausbrüchen. Er war kaltschweißig, er zeigte hohes Fieber. Er war Tachyka, das heißt, das Herz raste und der Blutdruck war niedrig. Das sind insbesondere Zeichen für einen sogenannten Schock. Da die Wunde sich stark infiziert zeigte, bin ich davon ausgegangen, dass hier Erreger sich im Blutkreislauf stark ausgebreitet haben und so das Immunsystem es nicht mehr geschafft hat, sodass es mit diesen Kreislaufsymptomen reagiert hat. Was legen Sie mir da am Arm? Ich lege eine Nase. Wofür? Was ist das? Ihre Flüssigkeit. Ich brauche keine Flüssigkeit. Nein. 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 Ich will keine Flüssigkeit. Ich will keine Flüssigkeit. Nein. Wenn du das jetzt machst, dann gehe ich. Wirklich. Dann warst du das mit uns. Dann gehe ich. Ganz ruhig. Okay? Okay? Nein, die ist noch drin. Melli, nein. So, haben Sie auch Ihre Freundin? Die geht jetzt. Okay? Wirklich? Wenn du nicht mit nachfragen? Ja. Ernst, das kann ich nicht mehr. Ganz ruhig. Ja, geben Sie mir die Flüssigkeit, mein Gott. So, kommen Sie mal rein. Wenn das notwendig ist, geben Sie mir die Flüssigkeit. Hängen Sie mal mit Ihnen ganz im Rett. Ja. Ich meine, wir können jetzt die kleinen Fingerkeil aufnehmen. Ich weiß gar nicht, was mir das bedeutet, ne? Doch, ich weiß, wie wichtig dir das alles ist. Aber du kannst doch nicht deine ganze Gesundheit dafür aufs Spiel setzen. Es geht doch um ihr Leben im Moment, oder? Natürlich ist es immer sehr schwierig, sich mit so genannten wiederwilligen Patienten auseinanderzusetzen. Man versucht natürlich zu helfen und wenn die Einsicht nicht da ist, ist es immer besonders schwierig für uns, dann natürlich dann auch die Entscheidung zu treffen. Wir können niemanden zwingen und sagen, ja, wir nehmen jetzt die Infusion und wir jagen sie mir jetzt einfach rein. Das können wir nicht. Aber Gott sei Dank war ja die Freundin da, die ein bisschen mit Goodwill auf ihn eingeredet hat und so, dass er sich dann halt auch behandeln lassen hat. Das heißt, ihm konnte Blut für eine Laboruntersuchung abgenommen werden. Als die Ergebnisse vorliegen, sind diese jedoch alles andere als gut. Und wie sich zeigen wird, deuten sie auf ein weiteres, noch viel größeres Problem hin. Wie sind denn die Werte? Ja, die sind halt immer noch nicht so gut. So schnell wirkt ja ein Antibiotikum ja auch nicht. Aber besser. Also sie sind natürlich jetzt schon ein bisschen kreislaufstabiler. Sie haben ja natürlich jetzt auch ordentlich Medikamente gekriegt. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Also, dass sie jetzt morgen jetzt ganz fit sind oder sowas, würde ich jetzt mal nicht von ausgehen. Also ich würde sie jetzt vielleicht nochmal einen Tag hier behalten und jetzt schauen, dass wir... Wenn Sie sagen, die Werte sind besser, dann kann man nach Hause gehen. Ja, aber trotzdem. Also es soll ja auch stabil bleiben. Also ich fühle mich auch besser. Ich kann dann auch nach Hause gehen. Nein, nein, nein. Ich kann auch. Sie können mich hier überhaupt noch nicht festhalten. Was soll das denn? Nein, nein, nein. Vielleicht können Sie einfach mal mit ihm reden. Hören Sie mal, ich kann mir auch so... Das ist kein Gefängnis hier. Nein, natürlich nicht. Wir können auch keinen festhalten. Ich fühle mich auch besser. Dann muss er halt unterschreiben. Ich fühle mich auch besser. Was wollt der denn? Geben Sie mir so einen scheiß Zettel und dann schreibe ich da. Wie wollen Sie denn haben? Signiere ich Ihnen das und dann kann ich gehen. Die ganze Scheiße brauche ich hier nicht mehr. Ich fühle mich besser. Mal ganz ruhig. Hey, hey, hey. Ich fühle mich gut. Was ist das denn? Stopp, stopp. Deswegen frag ich ja. Stopp, stopp. Nein, stopp. Nein, bleiben Sie mal stehen. Ich denke mir, er hat seine Situation komplett unterschätzt. Er hat lange gelegen. Es ging ihm gut. Die Medikamente haben gewirkt. Tja, dann kann man natürlich locker flockig aus dem Bett springen. Dann sackt natürlich auch manchmal bei vielen der Kreislauf zusammen aus einer liegenden Position. Dann schnell hoch und dann los. Das ist ihm halt nicht gut bekommen. Ja, und er hat dann letztendlich wieder gespürt, dass er eigentlich gar keine Kraft hat. Ich bin nicht gut. Ich gehe nach Hause. Nein, nein, nein. Stopp, warte mal. Warte mal, erst die Beine. Wenn ich gehe. Du kriegst sie nicht hoch. Okay. Und jetzt mal schön wieder hoch. Und sag mal, was ist das für Blut? Habt ihr die Wiesel irgendwas? Nein, da hat hinten so eine Binde raus. Guck mal was. Da ist keine Binde. Warte mal, lass mal. Bleiben Sie mal so auf der Seite liegen. Guck doch mal. Guck doch mal. Äh, was ist das denn? Woher kommt das? Habt ihr die reingetan? Nein, nein. Weiß ich nicht. Was ist das? Hat der Ihnen irgendwas? Nehmen Sie mal ab. Nehmen Sie das, Fick. Das ist alles gut. Was ist das? Da ist alles gut. Legen Sie sich mal bitte vernünftig hin. Also, ich würde jetzt, ich würde jetzt ganz gerne da schon mal gucken, woher das Blut kommt. Woher kommt das? Nehmen Sie mal die Beine ins Bett, bitte. Woher kommt dieses Blut? Das ist ja nicht wenig. Ganz ruhig bleiben. Macht mir noch mal schon mal den Druck. Schließt noch mal an als EKG. Ja. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ja. Was hast du? Was ist denn jetzt mit dem Blut? Darf ich da jetzt mal gucken? Es kommt ja irgendwas aus Ihrer Hose da. Ist da irgendwie was blutig? Ist die Unterhose auch blutig? Was soll das sonst sein? Also, von der Jürgen kann das nicht kommen. Die sind alle trocken. Nein, nein, nein. Das muss ja. Ist denn auch irgendwelche anderen Verletzungen? Nein. Ist Ihnen irgendwas bekannt? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwelche Vorerkrankungen, Hämorrhoiden oder irgend sowas. Nein, also nicht, dass ich das erwähne. Die jetzt irgendwie spontan bluten könnten. Bleiben Sie bitte liegen. Irgendwelche Darmerkrankungen oder sowas. Jonas, was ist das? Was hast du da? Pass mal auf. Also, Herr Wenzel, jetzt ist mal gut. Jetzt mal Schluss mit Russisch her. Sie bleiben jetzt mal ruhig liegen, ja? Und dann erzählen Sie mir jetzt erstmal, was jetzt hier mit Ihnen los ist. Was ist an Ihrem Hintern? Ist da irgendwas? Haben Sie irgendwelche Blutungen? Haben Sie das uns nicht gesagt? Soll ich mal nachgucken? Dann sagst du mal bitte, was das ist? Drehen Sie sich mal auf die Seite, bitte. Drehen Sie sich mal auf die Seite, wir gucken jetzt erstmal. Würden Sie bitte hier rüberkommen? Au, 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 au. Ordentlich? Ja, ordentlich. Also das sieht aus wie eine Fiskel, ne? Ich habe ihn dann nochmal untersucht und habe dann eine stark blutende Afteröffnung gesehen, die höchstwahrscheinlich einen kleinen Fiskelgang hatte. Was anderes konnte ich zunächst erstmal nicht sehen, sodass ich mir entschieden habe, die Proktologen hinzuzuziehen, die dann eine Rektoskopie durchführen sollten. Ich kenne die Vorgeschichte nicht, wenn Sie die auch nicht wissen. Das sieht nicht aus, als ob das gerade jetzt seit gestern ist. Ja. Das ist wie so eine Fiskel, die da was absondert, die Blut absondert, die Sekrete absondert. Das ist irgendwas, was er schon länger hat. Wir können direkt runter. Das wissen Sie nicht. Nein, ich weiß überhaupt nichts von. Hat mir gar nichts davon gesagt. Okay. Herr Wenzel. Wir werden uns jetzt da mal darum kümmern. Aber es wäre schon schön, wenn Sie mir jetzt sagen könnten, wie lange Sie das jetzt schon haben. Herr Wenzel. Wollen Sie nicht sagen, was da jetzt ist, wie lange das jetzt schon geht? Das ist wichtig. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wir werden das jetzt auch untersuchen, weil es ist wirklich wichtig. Weil höchstwahrscheinlich kommt auch daher das Fieber, dass es hochentzündet. Sportler sind natürlich immer sehr fixiert auf ihrer Folge. Sie geben maximal alles. Der Körper geht bis an die Leistungsgrenze teilweise. Trotzdem muss man Symptome beachten, wenn der Körper einfach sagt, stopp, jetzt geht's nicht mehr. Die meisten Sportler ignorieren das, sodass es zu Komplikationen kommt, die der Körper einfach nicht mehr toleriert, sodass hier pathologische Symptome im ganzen Körperbereich auftreten können. Der Spezialist bestätigt die Diagnose von Dr. Konrad. Die Fistel hatte der junge Mann bewusst verheimlicht. Er wollte als Amateurboxer beweisen, dass er es zu etwas bringen kann, weil er sich im Berufsleben als Versager fühlt. Also das Problem ist ja, dass diese sogenannte Anal-Fistel da besteht, dass da jetzt ein Gang ist, der sich höchstwahrscheinlich durch eine Entzündung gebildet hat, die sie halt schon länger haben, die halt operativ saniert werden muss, die operativ verhandelt werden muss. Das Problem ist aber, dass sie durch diese Fistel, durch diesen Gang jetzt halt ihren Körper ein bisschen in Aufregung gebracht haben. Die Bakterien höchstwahrscheinlich sind im ganzen Körper rumgekrochen und haben jetzt diese Entzündungsreaktionen halt im ganzen Körper ausgelöst. Darum ging es ihnen auch so schlecht. Wie lange haben Sie das denn jetzt schon? Also schon ein bisschen, das ist nicht seit gestern. Ich wollte damit bewegen, auch zum Arzt, ich habe das schon länger, aber ich wollte halt noch den Kampf machen und ich habe da echt hart für trainiert. Ja, versteht man ja schon, wenn man so ein Ziel hat, aber trotzdem ist ja die Gesundheit schon das Wichtigste, was man hat. Und gerade so als Sportler, da muss man schon ein bisschen auf seinen Körper achten und immer schauen, dass man auch gesund bleibt und sich nicht überfordert. Das haben Sie jetzt wirklich getan und das hätten Sie jetzt fast mit dem Leben bezahlt. Und jetzt ist gut. Also ich denke, wir haben es im Griff und es wird alles wieder gut und Sie können auch wieder boxen und aber nicht gleich heute, nicht morgen und auch nicht übermorgen. Das dauert jetzt ein bisschen und da müssen Sie sich auch die Zeit nehmen. Sie haben ja auch eine nette Freundin, ich denke mir, die unterstützt Sie ja da auch. Ich wollte Sie noch fragen, ob Sie das mit der Binde, also das ist mir echt unangenehm. Okay. Können Sie vielleicht mit meiner Freundin reden? Und das nicht selber machen? Na, nicht so. Wollen Sie es Ihnen sagen? Also ich meine, das ist mir schon echt unangenehm. Okay. Kann man verstehen. Alles klar. Geht in Ordnung. Wo ist die? Ich habe halt Angst, dass sie mich, also ich bin halt normal und ich will nicht, dass sie das irgendwie in den falschen Hals bekommt. Alles klar. Das wäre schon cool. Dann bleiben Sie jetzt erstmal hier bei uns auf der Station und wenn es einigermaßen besser ist, dann werden wir Sie auf die Chirurgie verlegen und dann wird das Weitere dann mit Ihnen besprochen. Die Heilungschancen sind sehr gut, eine operative Sanierung geht immer relativ günstig aus und wird aber doch einige Zeit damit zu tun haben und nicht gleich morgen wieder seinen Kampf antreten können. Die Analfistel des jungen Mannes wurde erfolgreich entfernt und er konnte die Klinik nach einigen Tagen wieder verlassen. Alles ist vollkommen verheilt. Nach ein paar Wochen konnte er das Boxtraining wieder aufnehmen. Seine Freundin unterstützt ihn sowohl beim Boxen als auch bei neuen Bewerbungen.